Und da sind wir auch wieder bei Phoenix Rye, Duel Destinies. Die Frage heute lautet, wo war der Bombentransporter, als Apollo angegriffen wurde? Juniper Woods hat gesagt, der Behälter stand weiter rechts, also würde ich mal sagen, über der Nachricht vielleicht, NIMM DAS! Euer Ehren, ich behaupte, dass der Transportbehälter zum Zeitpunkt des Angriffes dort war. Aber DAS! NIMM DAS! UNMÖGLICH! Miss Woods, war der Transportbehälter dort, wo Sie ihn gesehen haben? Ja, genau dort stand er. Vielen Dank, Miss Woods. Ich bin mir sicher, das Gericht hat eine interessante Tatsache bei dieser Position entdeckt. Der Transportbehälter deckt die blutige Nachricht ab. Ganz genau. Wenn der Transportbehälter bei dieser Position während des Angriffs war, dann hätte dort keine Nachricht geschrieben werden können, denn dieser Behälter wäre im Weg. Was uns zur Schlussfolgerung führt, dass Mr. Justice nicht diese blutige Nachricht hinterlassen hat. Einspruch! Warum sollten wir die Behauptung der Verteidigung glauben, dass der Behälter an einer anderen Position war? Sie lügt offensichtlich. Einspruch! Die Tatsache, dass der Behälter nach dem Angriff an Mr. Justice bewegt wurde, wurde durch Miss Woods Aussage allein bewiesen. Oder mehr als nur durch die Aussage. Was? Und wo ist der Beweis, worüber Sie reden? Es ist genau hier, bei diesem Tatortfoto. Hmm, ich bin neugierig, diesen Beweis selbst zu sehen, Mr. Wright. Was auf dem Foto zeigt, dass der Behälter bewegt wurde? Ah, ich sehe es! Jetzt, wo man genau darauf schauen muss, sieht man es. Man sieht hier diese Spuren. Und zwar nach dem Angriff. Also, es hätte ja auch währenddessen hier bewegt werden können, aber nach dem Angriff. Der Verband wurde überrollt. Ohoho, das ist genial! Nimm das! Schauen Sie sich bitte die Spuren auf Mr. Justice Verband an. Ich sehe es! Aber was ist das? Dieser Spur wurde von eines der Räder des Behälters hinterlassen. So. Als der Behälter bewegt wurde, ist er über den Verband gerollt. In anderen Worten, der Transportbehälter war ursprünglich rechts von Mr. Justice. Dann, als Mr. Justice angegriffen wurde, wurde der Transporter bewegt. Was? Wie Miss Woods es erklärt hatte, hatte dieser Behälter die blutige Nachricht überschattet während des Angriffs. Deswegen war es unmöglich, dass Mr. Justice eine blutige Nachricht hinterlassen konnte. Nein! Nein! Sie haben es geschafft, Boss! Das war richtig Schlag auf den Nadel. Oder Real Nail Beitrag. So richtige Nagelbeißen hier. Aber sie haben es geschafft. Ja, das sollte die Behauptung der Anklage zusammenbrechen lassen wie ein Kartenhaus. Ruhe! Ruhe im Gericht! Mr. Wright, das war eine sehr clevere Schlussfolgerung. Oh, das war doch gar nichts euer Ehren. Nichts außer pure Genialität. Nimm das! Hm, Boss, ich spüre eine gewisse Überheblichkeit von Ihnen. Ich habe nur eine Frage, Mr. Wright. Ja, euer Ehren? Wenn Mr. Justice diese Nachricht nicht hinterlassen hat, wer war es dann? Hä? Was? Was? Hm. Hm. Oh. Nun. Äh. Vielleicht hätte ich diesen Zug der Gedanken bis zur letzten Station nehmen sollen. Nun, nun, nun. Ich habe genug davon gehört. das ist also Mr. Wrights berühmte Bluff-Technik, hä? Oh, dieses Gefühl. Es bringt alte Erinnerungen zurück. Damals, als sie sich durch dick und dünn geblufft haben. G, Mr. Wright. Äh, 2-Bit-Con-Man. Ist das eine Redewendung wieder? Ich hasse Redewendungen in Englisch. Ich kenne die nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass, äh, ich davon eine Übersetzung bekommen. Con-Man, Betrüger, Hochstapler. Okay. Ja. Äh. G, Mr. Wright. Der Richter, äh, lässt sie nicht besser dastehen als ein Betrüger. Sie haben ihre Argumentation mit solchem Selbstbewusstsein präsentiert, Mr. Wright. Jetzt möchte ich ihre Antwort darauf mit derselben, mit demselben Selbstbewusstsein hören. Hey, bevor der Richter gefragt hat, sahen sie selber nicht ganz gut aus. Was denn jetzt, Boss? He, he, he. Ich hoffe doch, dass sie sich nicht in eine Ecke geblufft hat. Denk, Phoenix, denke! Es muss irgendeinen Weg hier raus geben. Ich muss meinen Weg, äh, zur Wahrheit irgendwie durchgraben. Wer konnte diese Nachricht geschrieben haben? Apollo? Ja, klar. Jemand anderes? Hm, ja, jemand anderes offensichtlich, aber diese Antwort, äh, hilft nicht. Der Täter! wenn Apollo diese blutige Nachricht nicht hinterlassen hat. Vielleicht war es der Angreifer von Apollo, der es geschrieben hat und wollte es dann so aussehen lassen, als hätte Apollo es geschrieben. Das klingt nach der logischsten Antwort. Aber warten Sie eine Minute, ich hab da etwas erkannt, Boss. Was ist es? Schau uns sich, äh, die Menge des Blutes an. Es sieht so aus, als hätte Apollo nicht sehr viel geblutet. Ich frage mich, ob man überhaupt Wutz mit dieser Menge schreiben kann. Hey, du hast recht. Gute Sache, dass Apollo nicht so viel Blut verloren hat. Das möge, äh, vielleicht, äh, der Faktor sein, warum er den Angriff überlebt hat. Und da er so wenig Blut verloren hat, äh, schließt das den Angreifer aus, hä? Ich schätze schon, aber wenn es nicht sein Angreifer war, wer hätte es sonst machen können? Ja, dann muss es irgendjemand gewesen sein, aber wer? Wenn es nicht Apollo war, wer hätte die blutige Nachricht hinterlassen können? Boah, Alter, woher soll ich das denn bitteschön wissen? Also, warum sollte Wutz das selber machen? Athena war es auch nicht, Pain war es auch nicht? Wir wissen, dieses Arschloch ist der Haupttäter, aber, wie hätte er, ist das Grund dafür? Und warum sollte sie es geschrieben haben? Das ist die große Frage. Naja, sie ist tot. Ja, sie ist tot, von daher, es muss Tornade gewesen sein, eine andere Schlussfolgerung gibt es nicht. Nimm das! Diese Person hat die blutige Nachricht hinterlassen? Und worauf berufen sie sich bei dieser Behauptung? Äh, muss ich meine Behauptung begründen? Was? Natürlich müssen sie das. Jetzt sagen sie mir nicht, dass sie keine Basis für ihre Behauptung haben. Äh, nicht wirklich. Das tut es nicht, Mr. Wright. Au! Mann, oh! Wie soll ich denn diese Frage beantworten? Also, war es nicht Apollo oder sein Angreifer? Wenn sie darüber nachdenken, wer sonst beim Tatort war? Dann gibt es nur eine Person, die es wirklich gewesen sein könnte? Oh ja, gab es nicht eine andere Person, die Blut verloren hat beim Tatort? Also, doch, die? Also, doch, unser Opfer? Okay, schade. Ich dachte, ich könnte Tornate jetzt schon irgendwie angreifen, aber naja, das war wohl ein bisschen zu viel des Guten. Nimm das! Um ehrlich zu sein, ich habe keinen wirklichen Beweis dafür. Aber ich bin so weit gekommen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Neben Apollo gab es eine weitere Person, die Blut beim Tatort verschüttet hat. Eine Person, die Blut verschüttete? Sie meinen doch nicht! Oh, aber das tue ich. Ich glaube, dass es Candice Arm war, die diese Nachricht in Blut hinterlassen hat. Was? Was? Inspektoren Arm? Sind Sie sicher, was Sie hier tun? Ähm, nicht wirklich? Einspruch! Was für eine lächerliche Behauptung ist das! Wenn Sie gesagt hätten, dass es der Angreifer war, um die Leute in die Irre zu führen, das hätte Sinn gemacht. Auf dem ersten Blick wäre das die logischste Erklärung. Jedoch Apollo hat nicht genug Blut verloren, um diese Nachricht zu hinterlassen. Oh, Ah, ich verstehe! Selbst das Foto macht es ganz klar, dass es nicht genug Blut gab, um diese Nachricht zu schreiben. Und Mr. Justice hat es überlebt. Ich denke, er hat nicht sehr viel geblutet in diesem Fall. Aber warum sollte Inspektorin Arm den Namen der Angeklagten schreiben? Es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Und ich kannte überhaupt nicht die Frau, die getötet wurde. Ich gebe zu, dass die Untersuchung keine Verbindung zwischen Opfer und Angeklagte feststellen konnte. Sie haben sich nicht einmal davor getroffen. Das ist sowas von wahr. Nun denn, lassen wir uns mal schauen. Dann ist vielleicht steckt haben wir eine andere Bedeutung hinter dieser Nachricht als wir vermuteten. die Bedeutung? Nicht so wie sie scheint? Vielleicht steckt hinter der Nachricht nicht das Wort Wutz? Hm. Von Ihnen das zu hören, das ist schon eine Behauptung, Mr. Wright. Sie behaupten also, dass diese blutige Nachricht eine andere Bedeutung hat? Ja, euer Ehren. Hm. Was ich aus so einem Wurmloch gezogen habe, könnte die Wahrheit sein, nicht wahr? Objektion! Ob! Bäh! Jetzt wollte ich Objektion rufen. Ein Spruch! Hm. Es sagt ganz eindeutig Wutz. Jeder kann es sehen. Was für eine andere Bedeutung soll es denn haben? Ein Spruch! Aber Candys Arm war eine Inspektorin. Vielleicht hat dieses Wutz eine Bedeutung, die nur der Polizei bekannt ist. Vielleicht ein Polizei Scanner Code oder sowas. Hm. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Hehehehe. Sie haben vielleicht euer Ehren ausgetrickst, aber mich kriegen sie nicht so leicht. Ich studiere manchmal so über Wochenenden, wie sie vielleicht vermutet haben. Und es gibt keinen Radio Code wie Wutz oder sowas, lieber Mr. Wright. Ist das ein Fakt? Hehehehe. Schauen Sie mich nicht an. Ich weiß genauso viel über Polizeicodes wie Sie. Sie? Genug davon. Ich wurde ziemlich mit der neuen Theorie der Verteidigung hingerissen. Aber wenn Sie es nicht unterstützen können mit Edward, dann fürchte ich muss ich das hier beenden. Nein, bitte warten Sie euer Ehren. Nun denn, aber bevor wir diese Theorie weiter diskutieren, möchte ich eine plausible Erklärung haben. Also Mr. Wright, was ist die wahre Bedeutung hinter der blutigen Nachricht? Nun ich glaube es ist Und bitte stottern Sie nicht! Wenn Sie nicht schnell mit einer Antwort kommen, dann muss ich diese Diskussion offiziell beenden. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten. Was für eine andere Bedeutung könnte neben der offensichtlichen sein? Vielleicht bedeutet etwas in einer anderen Sprache oder vielleicht ist es ein Code? Denk Phoenix, das schaffst du! Welches Beweisstück wird uns zeigen, was das Wort Wutz wirklich bedeutet? Eieieiei, da muss ich aber selber nachdenken. Die Lösung gibt's dann im nächsten Part. Bis dann!